Was ist für eine Leitung wie wir jetzt anders, mit jemandem zu arbeiten, der eine Führungsfunktion im NKD hat wie sie. Sie ist sich zu führen und zwar auf eine relativ taffe Art gewöhnt, dass sie sich Mitarbeiterinnen von ihr zum Teil nicht. Und dort merke ich, dass ich mich selber auch etwas anders verhalte, ob es andere Mitarbeiterinnen sind oder ob es eben wie Frau Schmid ist, wo ich klarer und auch etwas taffer reden kann, weil ich weiss, ob sie sich das gewöhnt oder so spüren und sie das zum Teil auch braucht. Also so klare Anweisungen, klare Regelungen, wo man sonst bei anderen Mitarbeiterinnen, die sanfter seine Weisungen durchgibt. Das habe ich gespürt, das ist ein Unterschied. Non. Non, parce que nous sommes une petite structure. Souvent dans les hôpitaux, les services ou les unités sont des petites structures. Und la conduite, das ist nicht etwas, was wir evaluiert und mesuriert. Ich spreche mehr darüber, dass wir uns in ein Grupp, in einem Grupp und in einem Grupp, und es ist, dass sie ihre Leidenschaft haben. Und mit anderen Patienten oder mit den Infirmiers, dass sie sich in der Art und Weise auf die Weise arbeiten. Das ist vielleicht die kleine Unterschiede.